So, das ist die sogenannte Schwanz-Camp. Naja, für Kleinigkeiten reicht es nicht. So, womit fliegt der denn jetzt? Macht jetzt ein paar an. Checken wir mal kurz. Okay, aber meinst du, ich kann stecken, oder? Auf welchem Channel bist du? Eins. Okay, ich bin dreifach. Steck ihn rein! Jetzt ist alles gemütlich hier in die Runde. Wer ist rund? Ritschig. Ritschig die Runde. Ritschig die Runde. Ritschig die Runde. Seid kurz leise, ich muss kurz synchronisieren. Ah, ne, warte. Okay. Die Audiospuren, die und die, weißt du, synchron mal. So, ich muss nochmal klatschen, okay, krass. Warte, alle hier klatschen. So, okay, Leute. Auf geht's. Auf geht's. Warte mal. Machen wir nochmal den. Oh, ich bin hier noch auf 25. Also jetzt erstmal eine schöne Runde, eine smooth Runde. Ich versuche, also durch die Halle, dann hier durch und dann da. Und dass man hier wieder rauskommt. Also wie gesagt, ich fliege wirklich nur ganz smooth. Oh, jetzt geht's hier rein. Boah, scheiße. Ah, über diese Strip, Alter. Bist du dran? Ja. Hast du mich? Jo, warte, warte, ich drehe wieder um. Ich will hier durch. Warte, ich brauche ein bisschen. Wuuuh. Ein bisschen Gas rausnehmen. Ich bin links rum. Ich bin jetzt wieder bei uns. Telemetry recovered. Was hast du gemacht? Einen kleinen Dive am Turm. Ja, so dran. Einmal hoch und direkt mit Splittern rein. Warte. Frontal. Und Dive. Telemetry lost. Hu. Alter, geil. Telemetry recovered. Was hast du gemacht? Das war genau an dir dran. Ja. Jetzt mal oben hier rein. In die Silos. Bist du an mir dran? Ja, bin dran. Da oben rein. Ah, scheiße. Hier stehen welche. Ah, f***. Umdrehen. Oh, mein Gott. Zurück. Oh, hu hu. So, habt ihr? Oh, mein Gott. In die Halle? In die Große? Ja, okay. In die Halle? In die Große? Ja, okay. Hast du mich? Telemetry lost. Ja. Ich warte hier am, äh. Ich warte hier am, äh. Ich komm zum Turm vor uns. Welcher Turm? Na, der vor uns. Na, der vor uns. Ja, okay. Ja, okay. Jetzt weiter. Wir gehen jetzt hier in die Halle rein. Ja, ja. 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 Und durch. Power loop. Ich hab kein Bild. Huhuhuhu. Kein Bild mehr? Ja doch, ich kann das mal sagen. Okay, jetzt wieder da unten durch die Luke da durch. Ja, diese Mauer da. Ja, keine Ahnung. Ah, scheiße. Ich hab keine Ahnung. Ja? Ja. Ich hab nur. Ja? Ja? Aber bist du also durch. Oh, hier war ich auch noch nicht drinnen. Pass mal auf, jetzt gehen wir hoch und dann direkt. Jetzt schau mal hier. Wo? Na ja, ja. Pass auf. Oh, okay. Alter. Okay, ich muss landen. Die Krabbi, komm. Nee, das war... Aber krass, alter. Mega nice, man. Nee, nee, weil ich kurz eingeklinkt bin, weil ich ihm das nachmachen wollte. Aber es hat geklappt, es war wunderbar. Oh, oh. Ich hab noch einen. Nee, nee, alles gut. Ah, hier, der Prop ist locker, deswegen hat sich das ein bisschen komisch angepasst. So. So Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Haut rein, bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.